herzlich willkommen freunde zu diesem neuen video in dem heutigen video stelle ich euch mal ein weiteres crypto projekt auf meinem kanal vor und ich finde dieses crypto projekt hat wenig im moment aufmerksamkeit oder auch schon seit es draußen ist sehr wenig aufmerksamkeit wenige reden davon ich hier auf meinem kanal habe bereits ein bis zwei mal erst über dieses projekt gesprochen also eigentlich auch noch gar nicht wirklich behandelt nur ein oder zwei mal im stream behandelt falls diejenigen die meine videos schon auch im stream dabei bereits waren aber heute wie gesagt mal wie es auch im titel steht will ich euch layer vorstellen meiner meinung nach einer der sehr unterschätzten projekte die es derzeit auf dem markt gibt alle haben fokus auf lauer tech games gbt vielleicht und wist der meister zeit wegen dem guten anstieg aber niemand hat wirklich im moment layer im auf dem schirm und das ist auf jeden fall ein fehler aber schauen wir uns das projekt mal an was ist so besonders macht also als erstes sehen wir hier auf der webseite direkt mal die produkte aufgelistet die schauen wir uns aber gleich noch an die kann man erst mal download layer herunterladen heißt es gibt ja eine app hier kann man erst mal die app runterladen von layer ein einmal von app store für den play store ganz egal was ihr habt einfach darauf klicken oder am besten direkt im app store eingeben layer ansonsten sehen wir hier ein paar statistiken die natürlich schon sehr stark sind wir sehen hier ecosystem app downloads heißt von einem ecosystem apps die es hier gibt bei layer wie viel downloads die haben und das sind bereits über 6 millionen das ist schon wirklich sehr sehr gut agents haben wir über 100.000 und ecosystem produkte derzeit zwölf stück und wir kommen jetzt würde ich auch mal sagen ohne weiter herum zu reden zu den produkten denn das hier eigentlich wie ich finde das wichtigste deswegen gehen wir hier ins dashboard und hier ist dieses dashboard jetzt nämlich von layer er dieses jetzt relativ neu noch und ich finde das sieht unglaublich nice aus und man kann hier vor allem auch die ganzen produkte die layer hat oder fast alle eben auf einen blick sehen und das ganze halt super übersichtlich und wir sehen es schon als erstes sind wir hier bei dem dashboard hier können wir eine wallet verbinden das ganze tue ich auch gerade mal und wenn man jetzt die wallet verbunden hat sieht man hier auch schon verschiedene statistiken man könnte jetzt zum beispiel sehen wenn man halt eben ja was gesteckt hat auf layer dann könnte man das ganze hier sehen allerdings sind wir hier gerade beim ethereum netzwerk ich würde euch empfehlen wenn dann nur über die balance smart chain hier irgendwas zu machen auf layer das ist das gute wir können ja aussuchen für der ethereum oder bnb ich bevorzugehe immer bnb wenn es das gibt oder polygons ethereum würde ich niemals nehmen außer es geht vielleicht nicht anders und ich bin absolut überzeugt von dem projekt dann müsste man das in der wägung ziehen aber das ganze passt natürlich hier mit bnb und so kann man halt eben auch über bnb die ganzen layer tokens hierhin senden oder zum beispiel auch staken auch sehr cool und hier sieht man auch schon werde ein validator staker den leitungen das hat eben von layer der token und bekomme garantiert eine kapsel mit dieser kapsel hat man quasi ja das ist ein nfc man hat mit diesem zugriff im kompletten layer ecosystem auf verschiedene apps wo man zum beispiel so eine kapsel braucht zum beispiel auch bei der app braucht man eine kapsel um zum beispiel layer vpn nutzen zu können auch eine sehr sehr coole sache wie ich finde also man hat hier wirklich news case mit dem nfc es ist natürlich nicht so dass man hier einfach nfc kauft und das ist dann einfach für ja fürs bild quasi man hat hier wirklich ein use case und das hat eben nur ein use case finde ich sehr sehr gut auch die nfc ist ich bin schon ganzheit überlegen ob ich mir auch so ein nfc tatsächlich kaufen soll diese kosten hier etwas aber die fangen ja auch schon günstig an einfach mal auf der app da seht ihr schon so 0,05 glaube ich eigentlich schon die ersten an also 0,05 bnb und genau das soweit hierzu kommen jetzt aber direkt zum nächsten projekt hier auf layer e.i. und zwar kaioto x swap das ist quasi eine swap plattform die kann man auch wieder seine wolle verbinden dann verbindet man hier die wallet und dann kann man nicht schon sehen man kann zum beispiel layer e.i. gegen usdc coin wechseln derzeit gibt es nur zwei das ist natürlich nicht so viel aber man kann derzeit wenn man layer e.i. nicht will den einfachen usdc umtauschen dann kann man ihn überall hinsenden wo man will das soweit zu der swap plattform dann haben wir noch bei bei ist ziemlich simpel man kann ja den leitungen kaufen am ende des videos schauen wir uns natürlich auch noch den chart an genau wie die market cap und auch die volumen dieser zeit gehandelt werden von dem token und ganz zum schluss schauen uns natürlich auch noch an wo man den token kaufen kann aber machen jetzt erstmal hier weiter man kann ja eben ganz normal das kaufen wenn man das möchte ich würde es aber eher über eine exchange empfehlen wartet einfach bis zum ende dann wisst ihr wo ihr diesen token kaufen könnt ich würde jetzt nicht unbedingt kaufen könnt ihr natürlich aber ja ich würde es halt eben nicht die karten wir gerade dann kommen wir jetzt zu tap to earn und bei tap to earn das ist ja ziemlich simpel ich habe ja auch ein video schon ich glaube ein zwei videos habe ich schon auf dem kanal über tap to earn gemacht das ganze ist ja super im hype gerade und auch layer e.i. hat hier eben ein tap to earn bot quasi auf telegram man kann ja einfach draufklicken ihr seht schon ich bin hier gerade drauf und dann ja ich mal punkte diese werden wahrscheinlich später auch ebenfalls wie bei anderen projekten als airdrop quasi behandelt da kann ich noch machen dann kriegt man mehr punkte wenn man zum beispiel auf telegram den joint eben von layer e.i. oder man kann ja auch meinen machen zum beispiel wenn ihr paar punkte ausgeben werden kriegt man hier automatisch punkte während man diese app schlossen hat während man telegramm geschlossen hat das finde ich eigentlich sehr cool da muss man nicht aktiv klicken quasi passiv kann man hier dann verdienen quasi sehr cool davon bin ich ein fan würde ich euch immer empfehlen dann müsst ihr halt nicht ganze zeit in der app klicken ja das ist natürlich sehr sehr cool auf jeden fall das soweit hierzu ich glaube mehr brauche ich auch nicht zu tap to earn zeigen ansonsten haben wir launchpools diese kommen ebenfalls bald was auch sehr interessant ist wir haben hier layer vpn und wenn wir hier einfach mal den app store gehen können wir sehen layer vpn das ist eine extra app nochmal die es halt eben im app store gibt oder halt zum beispiel auch beim mac könnt ihr es runterladen wenn ihr ein mac habt oder auf eurem handy ganz ganz easy ihr seht schon was sie hier machen könnt ihr habt verschiedene locations mit diesen könnt ihr euch dann eben verbinden wahrscheinlich müsst ihr an diese kapsel haben habe ich eben schon erwähnt und müsst dann wahrscheinlich noch ein paar gebühren zahlen wenn ihr diese nutzen wollt vielleicht aber auch einfach nur diese kapsel dann gibt es wie gesagt noch mal eine layer app an sich diese app quasi könnt ihr einfach diese kapsel haben ihr habt eine wallet da ihr habt einen raffle code und so weiter also ihr könnt ja quasi das als hub sehen und das ist noch mal eine app wo halt nur man eine vpn hat und das hat eigentlich die main app hier layer wo ihr verschiedene sachen machen könnt wie zum beispiel assets empfangen assets senden kapseln empfangen und so weiter also das hier so main app ansonsten gibt es hier noch einen burn mechanismus ebenfalls bei layer AI und hier sieht man schon realtime burn heißt wie für den letzten sieben tage zum beispiel wie gebürt wurde man sieht hier auch genau vor allem wie viel auf ethereum über ethereum netzwerk bei layer AI gebürt wurde und wie viel schon insgesamt über die binance smart shell genau lest euch das einfach mal durch wie gesagt wir haben hier auch ein bern mechanismus wovon ich immer absolut ein freund bin wenn ein crypto projekt ein bern mechanismus hat finde ich immer sehr sehr cool lest euch das einfach mal noch mal genauer durch ist hier sehr ausführlich beschrieben noch mal also sehr sehr gerne ab checken die seite selber dann gibt es hier auch noch für nft liebhaber einen nft marktplatz ich habe euch eben schon gesagt das minimum fängt hier bei einer kapsel quasi mit der ihr halt zugriff habt auf die ganzen apps wenn ihr irgendwas extra braucht ihr habt nämlich nicht alles kostenlos könnt ihr benutzen sondern ihr müsst ihr halt eben für zwölf monate habt ihr das dann quasi und dann wird es quasi aus eurer wallet rausgenommen so denke ich wird das ablaufen ihr müsst ihr einfach nur 0,02 bnb zahlen ist nicht viel und dann habt ihr diese kapsel erstmal für ein jahr und könnt dann hier zum beispiel die vpn benutzen und noch ganz viele andere sachen im ekosystem von layer AI finde ich sehr sehr cool auch vor allem der preis absolut gerecht da kann man eigentlich gar nichts gegen sagen genau ansonsten könnt ihr halt hier unten sehen es gibt noch verschiedene seltenheit stufen mit welchem ihr zum spiel länger laufzeit habt oder auch bessere earnings und so weiter also lest euch das einfach mal durch was hier wirklich der unterschied ist schaut euch jedes nft ruhig an jede seltenheit und vergleicht einfach ob ihr bereit seid halt eben 0,5 zum beispiel auszugeben ist schon etwas mehr oder vielleicht sogar auch ein bnb wenn ihr dann natürlich für bereit seid könnt ihr das gerne könnt ihr das natürlich auch gerne machen dann haben wir noch ein super cooles feature was es noch nicht gibt ich hätte sonst sehr gerne euch gezeigt aber es gibt es leider nicht layer AI hat angekündigt dass dieses jetzt hier sehr sehr bald kommt und zwar der web 3 browser von layer AI und zwar der browse web 3 browser dieser kommt eben bald hier sieht man einen kleinen sneak peek schon und ich finde der sieht wirklich sehr sehr gut aus in diesem dark design finde ich sehr gut aber was ist das ganze das ist ziemlich simpel ihr habt quasi ein browser ähnlich jetzt wie zum beispiel der carbon browser gibt es ja ebenfalls auch einen token zu ist mein absoluter favorite browser vielleicht ändert sich das wer weiß auf jeden fall gibt es hier eben ein mechanismus welches erlaubt das während ihr zum beispiel auf verschiedenen webseiten scrollt beziehungsweise einfach recherchiert zum beispiel über youtube-videos schaut oder wenn ihr irgendwas im internet sucht der zeit irgendwelche statistiken research betreibt und so weiter währenddessen könnt ihr dann einfach token beziehungsweise punkte verdienen und die könnt ihr dann später benutzen für mögliche sachen zum beispiel ja vielleicht auch später das tauschen in den lai token oder für andere rewards was wir dann zum beispiel gutscheine kaufen können mit diesen punkten und so weiter auf jeden fall habt ihr quasi dann hier ein browse to earn heißt ihr müsst einfach nur internet ein bisschen rum browsen und dann könnt ihr quasi hier ja ernen bekommt punkte und diese könnt ihr dann eben swapen ihr seht schon 4200 punkte jetzt in dem fall sieht man hier wären jetzt 100 euro wie schnell man natürlich diese punkte bekommt diese 4000 weiß man natürlich nicht aber 100 euro theoretisch einfach nur durch draußen dem man einfach das internet benutzt was man sowieso machen will dadurch 100 euro noch verdienen da kann man wirklich nicht sagen glaube ich weil dann haben wir auch einen adblock einen sehr sehr guten und ja eben die vpn von layer eis ebenfalls hier mit inbegriffen ansonsten ist es sehr schnell der browser wie sie hier werben und ja einfach mal abstecken sehr 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 simpel und auch sehr gut gestaltet wie ich finde aber ansonsten schauen wir uns noch mal kurz die data kapseln an quasi was sie hier genau sind und zwar seht ihr schon ziemlich gut hier gibt es einfach eine seite noch mal extra für diese kapseln diese nft kapseln und hier steht was also welche perks hat man hier wenn man diese hat und hier wird halt eben geschrieben data kapseln sind nfts die die erlauben deine daten zu monetarisieren also jegliche daten die dual eben verwendet zb internet speicher beziehungsweise internet daten die du halt nicht brauchst überflüssige daten fürs internet und so weiter die kannst du mit einer kapsel monetarisieren du bekommst punkte in der app oder wo du halt auch immer dann ja was du halt eben benutzt wenn du die kapsel hast kannst auch im dashboard natürlich deine punkte dann sehen und dann bekommst du eben durch alle jeglichen daten was du eben so mast im kompletten internet punkte wenn du eine kapsel natürlich hast und damit kannst du halt eben hören das ist so ganz simpel jetzt mal kurz das zusammengefasst was hier eigentlich der vorteil von einer kapsel ist finde ich schon sehr sehr gut wirklich aber schauen wir uns jetzt eine sehr sehr spannende sache noch guter letzt an beziehungsweise als vorletztes und zwar den token natürlich der preis und danach wo ihr euch diesen token kaufen könnt und dementsprechend halt eben ein teil dieses projektes sein könnte als erstes die markt kapitalisierung beträgt derzeit 3,6 millionen us dollar die vollständig verbesserte bewertung ist hier ist hier 34 millionen was auch noch absolut niedrig ist also dann haben wir ein 24 stunden volumen von 1,5 millionen was durchaus solide ist und anzahl im umlauf der token haben wir derzeit 318 millionen von drei milliarden ist natürlich noch nicht viel wir haben hier das projekt auch schon seit 2023 draußen beziehungsweise was heißt schon sondern erst eigentlich und dafür ist das ganz okay die token verteilung ist es natürlich nicht super das sind natürlich viele tokens noch nicht im umlauf aber wir sind halt erst auch seit 2023 hier markt mit dem ganzen token das darf man wie gesagt auch nicht unterschätzen oder auch vergessen ja das soweit eigentlich hier zu dem chart für den preis also hier kann wirklich noch absolut viel gehen unser all time high war hier bei 11 cent also ihr seht schon freunde massiv noch performance nach oben ist hier durchaus möglich bleibt jetzt noch die frage wo könnt ihr den token kaufen wo könnt ihr in das projekt hier investieren das ganze ist super simpel ihr könnt hier entweder auf bid get in den token investieren ganz ganz easy hier gibt es leider aber derzeit nur den token zum spot traden heißt ganz normal kaufen und verkaufen könnt ihr den mit einer limit order oder eben auch direkt reingehen oder ihr sagt halt eben ihr möchtet erst kaufen wenn halt zum beispiel jetzt der lai token hier zum beispiel bei dieser support zone eben quasi anhittet dann würden wir jetzt hier zum beispiel bei 1 cent 1 kaufen dann könnt ihr halt den preis hier festlegen wann ihn kaufen wollt ich denke das brauche ich nicht erklären wenn euch das aber einfach zu kompliziert ist und ihr habt keine ahnung seid nicht auf bid get wollt nicht zu bild get oder oder euch ist das interface einfach zu kompliziert ihr wollt einfach nur den token kaufen ihr findet das projekt gut dann kann ich euch bitpanda empfehlen hier kam jetzt neulich auch erst der token raus sehr sehr coole sache hier von bitpanda dort könnt ihr einfach wenn ihr sagt okay ich finde das projekt so geil ich möchte das einfach kaufen und dann liegen lassen ich möchte da jetzt nicht irgendwie was traden mit dem token oder was auch immer dann kann ich hier auf jeden fall bitpanda empfehlen wenn ihr sagt layer AI ist so ein geiles projekt das werde ich jetzt ein jahr halten mindestens dann kauft gerne auf bitpanda meine persönliche empfehlung der beste kryptobroker den es gibt und halt eben bitget die beste kryptobörse zum traden wenn ihr sagt okay layer AI sieht derzeit gut aus zum traden dann könnt ihr auch bitget nutzen die beste kryptobörse wie gesagt und halt eben der beste kryptobroker wenn ihr langfristig layer AI kaufen wollt ansonsten war es jetzt aber mit dem video freunde ich hoffe euch hat das video gefallen und ich hoffe ihr kommt ein mehrwert aus diesem video schöpfen und euch hat das projekt gefallen schreibt gerne mal eure meinung zu dem projekt und wir sehen uns dann beim nächsten video habt einen wundervollen tag und ciao wir sehen uns dann beim nächsten Mal